Heyo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer Folge Craft Attack. Ich habe wieder einen Tag Pause gemacht, dafür gab es gestern aber einen Fortnite-Stream. Der war wunderbar und ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder in den Streams vor allem etwas angekündigt. Und zwar was richtig Tolles, denn heute um 18 Uhr möchte ich gerne meinen Community Craft Attack Server eröffnen, wo ich mit der Community im Stile von Craft Attack spiele. Es gibt keine Plugins, es gibt keine Regeln wie hier in Craft Attack. Also pures Chaos ist vorprogrammiert. Die Kanalmitglieder freuen sich schon richtig drauf und der Stream startet heute so ungefähr um 18 Uhr. Kann sein, dass es ein bisschen verzögert, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall habe ich einen Server am Start und ich zeige euch auch gleich, was es hier mit auf sich hat, für die, die den Stream verpasst haben, hier mit dem Arbeitsvertrag für Spark und so. Aber zuallererst zeige ich euch jetzt mal den Server, nämlich hier Community Attack. Oh, es haben gerade 76 Leute Platz, aber die Kanalmitglieder, das tut sich ja immer mal wieder variieren. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, das hier ist der Server, eine Welt, die bebaut werden möchte. Das hier ist der Spawn, wir haben den extra, ich sag mal, einfach gehalten, weil wir möchten dann, dass später das alles hier mit in die Stadt, sag ich mal, integriert wird. Wir haben, ähm, die Möglichkeit... Hör Leute, warum ist das... Achso, oh, oh, oh. Was hat... Warum hat er das weggemacht? Es ist oben an den Türen. Es ist oben an den Türen? Achso, okay. Trotzdem. So, okay Leute, ähm, ich hab mir gedacht, dass wir so ein paar Stadtteile haben. Und zwar gibt's einmal hier Smaragdstadt, so in die Richtung, ne, also... Und die Dia-Stadt, so in die Richtung. Und die Goldstadt, so in die Richtung. Und die Redstone-Stadt, so in die Richtung, ne. Also, ich denk mal, das wird hier richtig cool. Ich werd hier auch was bauen. Ähm, gucken, wie's geht, wie die Serverleistung ist und so weiter. Müssen wir gucken. Ähm, 76 Leute sind schon ein Batzen. Ich hab ja Erfahrung mit, äh, Craft Attack und so weiter, wie das dann aussieht. Äh, werden wir heute Abend sehen. Ich lass die Leute nacheinander drauf. Und wer dabei sein möchte, der sollte den Stream unbedingt einschalten. Es können nur Kanalmitglieder mitspielen. Das ist sozusagen das Privileg. Der Vorteil, wenn man Kanalmitglied ist, dann kann man auf diesen Server hier joinen. Es zählen keine Twitch-Subs. Es zählen nur YouTube-Kanalmitglieder, ne. Und die freuen sich schon richtig drauf. Es ist auch eine Amplified World. Und ja. Hier dürft ihr dann auch tausende Blöcke weit wandern, um Biome zu finden, zu generieren und so weiter und so fort. Also, stellt euch in der Anfangszeit ein bisschen auf Legs ein. Das kann gut sein, aber das hatten wir in Craft Attack genauso. So. Und dann zusätzlich noch, ne. Wie in Craft Attack. Es gibt keine Regeln. So. Das heißt, ihr könntet eventuell, äh, gegrieft werden. Ihr könntet eventuell bestohlen werden. Was nicht heißt, ne, dass es in Ordnung ist. Ihr dürft euch dazu rächen. Aber ich bitte einfach, das Ganze im Maßen zu halten, sodass kein Spielspaß verdorben wird. Es ist Craft Attack. Es kann passieren, ne. Es kann passieren, ne. Ähm. Und ich bitte einfach dann, diejenigen, die ein bisschen eskaliert sind, wieder der geschädigten Person beim Aufbau und so weiter zu helfen. Also, so wie wir es in Craft Attack machen. Also, so. Wenn das Ganze etwas eskaliert, versuche ich ein bisschen, äh, dazwischen zu grätschen und das zu regeln, sage ich mal. Ähm. Genauso wie X-Ray geht hier gar nicht. Die Mods hier haben OP auf dem Server. Wenn die jemanden bei X-Ray erwischen, dann wird derjenige gebannt. Ausnahmslos für diese Staffel. Und der hat dann halt, ne, die Kanalmitgliedschaft sozusagen umsonst, weil er dann nicht mehr hier mitspielen kann. Ich werde hiervon auch Videos machen und Livestreams, denke ich. Und ich denke, es wird richtig cool. Jetzt wechseln wir mal wieder rüber zum richtigen Craft Attack. So, Craft Attack 6. Ich kann doch schon mal sagen, dass hier, ein Community Attack, auf jeden Fall mehr Spieler spielen werden als ein Craft Attack. Also, der wird aktiver sein, bin ich mir einfach sicher. Und ja, jetzt nochmal zum Thema. Uh, hier. Mit dem Arbeitsvertrag, Leute. Ich weiß nicht, also in dem Stream haben es nicht alle mitbekommen. Ähm, der Spark, der ist jetzt seit gestern, seit dem 1.2. ist er mein Angestellter. So, er arbeitet nämlich als Dominar in meiner Kneipe, ne. Leute, hier, Achtung. Da drin arbeitet er in dem Hinterschuppen. Hier, das hier ist sein Raum. Und ich zeige euch jetzt nochmal den, äh, oh, da ist das Glutloch, ne. So hier, ne, also, wenn man Spark beobachten möchte, kann man hier so durchgucken. Und, auf jeden Fall, äh, ach stimmt, warte mal, da fehlt was hier so, ne, dieses Licht hier zum Laufen. Okay. Also, im Arbeitsvertrag steht drin, ne, Arbeitsvertrag für Dominar im ledernen Basti ohne Tarifbindung zwischen Basti Zock und Spago Fenix. Das Arbeitsverhältnis beginnt zum 1.2., bla bla bla, ne, Probezeit. Das Arbeitsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Tage gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseits mit einer Frist von zwei Tagen gekündigt werden. Paragraf 3, Tätigkeit, der Arbeitnehmer, oh, Schreibfehler, ähm, wird als Dominar eingestellt. Die Arbeitszeit, ähm, regelmäßige Arbeitszeit täglich von 19 bis 21 Uhr, ne, außer, außer sonntags hat er frei, so. Das kommt später bei Urlaub. Die Dominar muss nur auf Anfrage eines Kunden bereitstehen. Also, wenn jemand sagt, ja, Spark, ich will eine Sitzung, dann muss Spark in dieser Zeit auf jeden Fall am Start sein, so. Ähm, Arbeitsvergütung. Pro Kunde bekommt er fünf Diamanten von mir. Ich bin der Arbeitgeber, so. Urlaub ist jeden Sonntag. Kündigung, der Vertrag kann jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung ist dann am folgenden Sonntag rechtskräftig. Schweigepflicht. Die Dominar darf alles über ihre Kunden preisgeben. Grund dazu ist, weil wir ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Gesprächsstoff hier auf dem Server brauchen, Leute. Wir sind Lester-Schwestern, alle zusammen und da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen drüber talken. Und ich habe zu Spark gesagt, er muss es unterschreiben. Er hat es auf einem Dirtblock unterschrieben. Das ist seine Unterschrift. Das habe ich nicht gefälscht. Das könnt ihr im Stream von Spark nachgucken. Und Spark ist mit diesem Ganzen auf jeden Fall einverstanden. Es wird, denke ich mal, der Wahnsinn. Und wenn sie die Gelegenheit bietet, wird es sogar vielleicht der Arbeitgeber der erste Kunde sein. Ja, so sieht es nämlich aus. Ich freue mich, Spark als, äh, ja, als Mitarbeiter hier zu haben. Der erste. Und dann müssen wir überlegen, was brauchen wir denn noch für Mitarbeiter? Hm, wen könnte man denn noch einstellen? Early Boy wollte ausschenken, ne? Ich muss dann halt gucken, ne, dass ich genug Diamanten habe. Stimmt, warte mal, wie viele habe ich denn gerade momentan? Bei wie viel bin ich denn? Ich bin ja jetzt nicht so der Kevin, bin nicht so reich, aber gut. Damit kann, oh, da will ich, da, nicht in Frage, hier. Gut, damit kann man schon mal, ne, so ein paar Kunden können dadurch auf jeden Fall erstmal, ne, kann, kann der Spark sich verdienen. Ich muss irgendwie, ich brauche eine Diamantquelle, Leute. Irgendwas, wie ich die, die, die ganzen Mitarbeiter dann bezahle. Das heißt, ich muss dann eventuell in die Mine gehen und so weiter. Aber gut, das kriegen wir, denke ich mal, gebacken. Die Welt ist ja unendlich groß. Das, äh, ja, finde ich auf jeden Fall toll. So, und jetzt will ich noch einen kurzen Rundflug machen, weil, ähm, ich gesehen habe, bei Earlyboy, der hat eine Folge hochgeladen, Petrit ist wieder da und sprengt. So, Moment. Wow, wow, hui. Ich habe mich da manchmal nicht unter Kontrolle, was das Fliegen angeht. Dann will ich jetzt wirklich gucken, ob sein Haus gesprengt wurde. Ansonsten war das Thumbnail irreführend, ne? Hui. Hui. Ist da was gesprengt? Hm, die Brücke ist weg. Im Haus ist nichts passiert. Wow. Okay. Es ist anscheinend nichts Besonderes passiert. Huh. Hallo. Hallo. Okay. 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 Okay, das ist toll. So, weil man hat mir damals im Stream auch geschrieben, dass Petrit wieder da ist und alles sprengt. Deswegen will ich jetzt auch mal gucken hier. Wer wohnt denn eigentlich da? Dieses Haus stand plötzlich da. Wer ist das? Wer ist das? Warte mal. Muss da irgendwie rein. Au. Wer wohnt hier? Wer wohnt hier? Ich bin verwirrt. Das Haus ist ja mal voll cool. Wenn hier keiner wohnt, dann wohne jetzt ich hier drin, ne? Das ist ja mega. Wie cool. Das Haus ist voll toll. Wer hat das gebaut? Ah, wisst ihr, was ich glaube? Wollte nicht Dena hier bauen? Könnte es sein, dass Spark für Dena hier ein Haus gebaut hat? Weil das ist hier alles mit Rot. Könnte statt Rot und so weiter und so fort. Könnte das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es raus. Weil ihr das bestimmt in die Kommentare schreiben werdet. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr heute Abend um 18 Uhr einschaltet. Also so um den Trainer. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.